Und mit den Männern, wenn ich daran denke, dann kriege ich Sehnsucht und dann tut es mir weh, wenn ich daran denke, wie wunderschön alles sein könnte, wenn die Dinge anders sein könnten. Es wäre nämlich alles total schön. Wirklich, wirklich wunderschön. Gute Idee. Tja, wenn man so ein Fuchs ist wie ich, braucht man kein Ticket. Hey, was hast du denn da? Hey, das ist für meine Großmutter. Ola, du hast aber ein hübsches Stämmchen. Für deine Großmutter, oh, keine Sorge, die geht schon nicht zu kurz kommen. Wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Untertitelung des ZDF, 2020